so hallo und herzlich willkommen noch zu später stunde neues video gerade im rendern es ist viertel zwei es ist unter der woche aber es muss einfach sein mike simon und ich haben gerade bei cs go lucky.com ein bisschen mit skins gewettet sozusagen ihr könnt euch die seite gerne mal angucken ist so was ähnliches wie cs go jackpot und da steigen ja gerade mehrere seiten davon empor hier könnt ihr sehen ich habe zu zweimal reingegangen und habe zweimal geworden ich habe circa 1200 dollar gewinn gemacht also gewinnen vielleicht 1000 dollar irgendwie ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau ich bin übertrieben fertig es ist so krass zieht euch das video rein gebt den daumen hoch wenn ihr es feiert ja es ist der wahnsinn ich komme immer noch nicht klar ich glaube nur noch dass ich morgen früh aufstehen ist es einfach alles weg wichtig noch bitte beherzigt doch es ist glücksspiel ihr müsst immer davon ausgehen dass ihr das zeug verliert so videos natürlich immer verherrlichen dass man sieht okay ich gehe jetzt zweimal rein und gewinnt zweimal das ist leider nicht immer so also geht einfach nicht so in wer hat es damit um das ist einfach glücksspiel wenn ihr irgendwas setzen müsste davon ausgehen dass es verliert ansonsten wünsche ich natürlich viel spaß ich hoffe ihr ganz mehr schreibt in die kommentare ob ihr auch schon mal so mitgemacht habt und ob ich schon was gewonnen habt gebt mir bitte daumen hoch und über jedes neue abo freue ich mich natürlich auch wieder jetzt genug mit dem gerät ich gehe auch gleich ins bett und wünsche euch viel spaß beim schauen ciao sich aber richtig aus dann habe ich aber wohl auch einen ganz kleinen anspruch dann wenn es soweit ist wie der eine so ich gebe euch die hälfte des skins da gewinnt er dass ich auch gedacht so hoch warum habe ich sowas gesagt im wahren so jetzt kommen man irgendwie man auch rein aber so ja ich gebe euch die hälfte und dann klappt es auch noch und dann habe ich die hälfte von dir kassiert das gefühl da will jetzt niemand rein oder was oder mich snipe der kleiner einfach weg so sagt okay also was will der überhaupt 2000 waren genau fünf euro reingeber alle klatsch ich nicht ich bin ich das alles kassiert alter das ist voll aus dem übel abgezogen einfach nur aber wo ich werde fänden wird die hk und die zz wiedergeben sondern die kisten wiedergeben ne kisten und klösser sind meine alle warum kommt jetzt niemand rein mann du musst ihm einfach nur die kisten zurückgeben euro ok lowball ok low 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 alles low alles low alles low easy skins ok your chance 92 prozent alter wenn du das fackst kassel 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 einer muss jetzt noch so ein bisschen was alles so jetzt fickt mich so lowball ab mann ohne witz mann boah das wäre assig alter ich sterbe dann in so in so skis alter was kommt noch ich habe angst ja alles easy 80 prozent nichts besonderes ne ich hole nicht rein ja gut das werden jetzt 50 euro gewinnen ja mann wäre easy mann das wäre echt nice alles ich würde mich schon riesig freuen ja geht noch mehr uwe ja jetzt kommt gleich noch der krasse rein und nicht der wieder der hat doch cheats an mann der scheiß bär alter haut jetzt nochmal richtig rein irgendwas nix besonderes nix besonderes bei jedem blimp sofoll oh god ne É, das weiß nicht Besonderes Alter ich hab 77 % Jae easy, auf jeden Fall 100 Euro plus 100 Euro Ohoohuohu FÜCK Oh shit FUCK OFF MAN So EIN Lüxer man Oh shit, warte 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 Warte, du hast die Chance Alter, ich kann nicht hingucken Ja! Ja! Ich krieg ein Knife, nein, 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 Alter, Uwe, ich glaub's nicht, Alter, Uwe, mein Gott, Alter, Uwe, mein Gott, du hast einen Namen, shit, holy shit, holy fucking shit, Alter, mein Bruder ist bestimmt wieder aufgewacht, man, Alter, what the fuck, Alter, warte mal, Alter, Alter, ich, oh, ich bin fertig, man, alter, 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 Oh, mein Gott, 680 Euro, 690 Euro, Uwe, Alter, fuck, ey, alter, was geht, mal eben so 600 Euro gemacht, fuck, fuck, ah, nee, 500 Euro gemacht, Uwe, Alter, Uwe, du hast nur einen Kommentar, da, ich check das Marble Fade ab, alter, fuck off, Uwe, nice, alter, oh, geht's halt, Uwe, auf jeden Fall, Alter, ohne Witz, man, ich hab einfach mal reingelernt, und dann auch noch ein Bajonett, ne, dann auch noch ein Bajonett, ja, man, übel, alter, ich, 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 hörste aus, man, ey, es ist so geil, man, ohne Scheiß, man, Fabrik neu, ja, oh, fuck, kannst du das verkaufen, ja, man, alter, das setzt sich gleich wieder rein, Fenster schließen, alter, was für eine geile Scheiße, man, ohne Witz, man, einfach mal reingelernt, oh, Gott, das ist das, Uwe, irgendwann klappt's bei dir halt, ne, ja, man, Alter, ich bin, ich kann's nicht fassen, man, Alter, ich geh rein, ja, oder, ich geh direkt jetzt rein, mach das, mach, ich krieg ein bisschen was davon, ja, Alter, jetzt erstmal haben, nicht den Teufel vor dem Abendmahlen, Alter, lass mich, geh rein, bitte, Mann, geh rein, Ich kenne nichts dafür, ich bin halt ein Geier, du hast, du hast ziemlich viel gemacht, das müsste echt passen, da hast du eine AK-47 Stat-Track, Redline, echt, mach, viel Geld, da ist er, 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 nimmst du auf, du nimmst auf, oder? Ja, Mann, 40%, 31%, Alter, okay, da hat jemand nachgelegt, Alter, okay, jetzt wird's echt dünn, Mann, jetzt wird's echt dünn, Alter, Aber das wären wieder so viele, Uwe, das wird wieder so viele, Alter, das kann jetzt nicht klappen, nein, 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 Alter, Karma, Uwe, sei ruhig hier, jetzt, muss auch, warte, 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 jetzt, alle ruhig, alle ruhig, alle ruhig. Ich kann nicht nur, Uwe. Nein, ruhig jetzt, ruhig jetzt, ruhig jetzt, ruhig jetzt. No way, no way, no way, fuck off, ich geh weg, tschau. Alter, alter. Scheiße, alter, scheiße. What the fuck? Alter. Alter, games history, games history. Alter, sollen wir mal den Namen von ihm in den Chat posten? Nein, nein, das können sie. Alter, what the fuck? Alter. Oh, alter. Ich komme nicht drauf gleich, was war ich? Alter. Alter, 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 alter. What the fuck? Alter. Oh, cool. Alter. Alter. Ey, Uwe. Uwe fährt jetzt zu dir und klatscht dir eine und da fährt wir die Hand. Alter. Alter, mein Herz. Alter. Alter, Uwe. Fuck off. Alter, ich kann nicht mehr. Erst mal ein Bier zu trinken. Ey, mein Herz. Alter, Uwe. Uwe, du. Uwe. Uwe. Aber wie denn nur wegen mir? Ich glaube, ich bin wieder am Ende. Du kannst es aufbelassen, oder? Nein. Fuck off. Nein, klar. Alter, ich kann nicht mehr. Hast du das auf Aufnahme wenigstens? Ja, natürlich habe ich das auf Aufnahme. Ich weiß, was mein Herz gerade macht. Nein. Fuck. Du hast noch ein Kommentar. Shit. Drei neue Kommentare. Alter, wann kommt die Hand ist, dann frage ich mich voll aufgeregt jetzt. Fuck. Alter, ich kann nicht mehr echt. Ich kann echt nicht mehr. Du hast einen neuen Kommentar übrigens. Das war zu viel, Mann. Alter, du schreibst irgendeine Scheiße unter meinem Steam-Ding, Alter. Könnte schon. Du kannst dich löschen. Oh, Mann. Drei neue Kommentare. Drei neue Kommentare. Beep, Beep, Skin Delivery. Alter, mega. Alter, ich sterbe einfach nur. Ey, das geht nicht. Ohne Witz, Mann. Alter, es geht nicht. Uwe, AWP, Battlescared, rein da. Alter, es geht nicht, Mann. Es geht nicht rein. Ich nehme das Neuf. Also, du siehst das Blau kommen, aber es hat schon relativ viel Blau. Also, du denkst, ich kann jetzt noch schlafen. Es geht nicht.